Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Euer Lukas wieder hier und ich begrüße euch zu einer weiteren Produktvorstellung und zwar zu einem Produkt der Firma Hahnemühle, dem Diaryflex. Das ganze wurde mir von der Firma Hahnemühle zur Verfügung gestellt und am Ende des Videos könnt ihr auch eins gewinnen. Alle Bedingungen wie gesagt stehen unten in der Beschreibung, aber primär erstmal jetzt das. Genau, wir liegen hier preislich bei 15 Euro und man kann sich das ganze hier unten auch mit dem Namen personalisieren lassen, dann kostet das ganze 20 Euro, sprich ein Band plus erstes Refill und jede zweite weitere Refill kostet dann ungefähr 5 Euro und ja, wo man sich das ganze per Namen personalisieren lassen kann, das packe ich euch in in der Beschreibung, dann könnt ihr da selbst nachschauen. Genau, wie gesagt Diaryflex, hier ist jetzt ein punktiertes Refill drin, es gibt auch noch Blanco und Liniert und wir schauen uns das ganze aber gleich an. Genau, wir haben einen Einwand, ich vermute, dass es irgendein Kunststoff oder so, es fässt sich gut an, ist so ein bisschen geprägt und das ist schön griffig macht, also ist einfach gut. Das Papier hat 100 Gramm pro Quadratmeter, also relativ ordentliches Papier von der Dicke her, dann ein Format in Form von 18,2 zu 10,4 und der Einwand kann man auch gleich mal nachmessen, so ungefähr 11,5 mal 19,3, 19,2 also kein A5, sondern ein eigenes Format für sich. Gefällt mir aber ziemlich gut, du hast trotzdem eine Höhe zum drunter wegschreiben und die Breite reicht eigentlich auch vollkommen aus. Das ganze ist quasi geschlossen mit diesem Gummi und in der Farbe schwarz außen mit roten Ziernähten und innen auch rot gehalten. Genau, dann entfernen wir das mal und packen einmal das ganze beiseite. Wie ihr wisst, bin ich selbst ein großer Freund von solchen variablen Notizbüchern und allein schon aus dem aus dem Gedanken heraus, dass das ganze ja doch relativ umweltfreundlich ist, weil man hat quasi nur einmal diesen Einwand und kauft danach nur noch diese Refills nach und genauso ist es auch hier gehalten und deswegen gefällt mir das ganz gut, ist auch der Firmengedanke quasi, dass das halt ein bisschen nachhaltiger sein soll, weil man nicht jedes Mal wieder diesen Einwand mitkauft. Gut, dann öffnen wir erst mal, was wir quasi zuerst sehen, die Einlage, die schon eingelegt ist, wir gucken uns auch gleich an, wie wir die austauschen können und auf der linken Seite haben wir zwei Kreditkartenfächer oder für dieses typische Kreditkartenformat, Checkkartenformat und hinten ist dann blank und das ist dann quasi schon der Einwand an sich. Hier hinten das befestigt, das schauen wir uns gleich an, ich nehme das Papier nämlich jetzt einmal raus und dann bleibt nur noch der Einwand übrig. Hier ist quasi die Schlaufe hinten einmal befestigt und hält das Ganze dann zu. Kann man auch einen Füller mit rein tun, passt wunderbar. Wir haben auch nur hinten einmal das Hahnemühle-Logo geprägt und sonst ist es relativ schlicht gehalten. Was mir gleich am Anfang aufgefallen war, dass hier keine Rillen so richtig um das Band zu halten sind, sondern es ist halt einfach nur mit der Zeit eingeknickt und das sieht man halt leider. Ja, habe ich auch schon angesprochen und ja, also es ist halt, naja, das Leder knickt sich halt dadurch um, das sieht halt einfach nicht so schön aus, sage ich mal. Aber gut, ich denke, damit kann man leben. Genau, das sind die einzelnen Refills. Wie gesagt, gibt den Niat Blanco und gepunktet und sehen dann auch von außen her alle gleich aus. Also ein Karton dann hinten das Ganze befestigt. Hier drunter ist es dann gestitcht, also gut gebunden und im Endeffekt hat man dann hier den Refill mit einem Lesezeichen drin. Und einlegen geht quasi identisch, sprich man nimmt die äußeren Teile zusammen, knickt das so um und dann guckt man halt quasi, dass man das Ganze eingelegt bekommt. Kann manchmal eine Minute dauern, aber ich glaube, die Zeit hat man, macht man ja in der Regel nicht jeden Tag, sondern immer erst, wenn man, ja, wenn man eins quasi vollgeschrieben hat. So, und fertig eingelegt ist es und dann kann man ganz normal weiterschreiben. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir einmal zu dem Papier, was eigentlich dabei ist. Und wie gesagt, eigentlich sind alle drei Hefte, haben das identische Papier, also ist keins davon besser, schlechter, leichter oder schwerer, sondern die haben vom Grundgedanken her alle das gleiche Papier. Aber es unterscheidet sich und ich zeige euch das gleich, was ich meine. Also ich habe mit gut Tinte getestet, wenn es hierbei durchblutet, bei den normalen ist es auch nicht schlimmer, wenn man wirklich viel Tinte aufträgt. Das gepunktete Papier funktioniert meiner Meinung nach sehr gut, also kein Feathering, gutes Shading ist erkennbar, sieht alles sehr, sehr gut aus. Und von hinten will ich mich da wirklich auch nicht beschweren, kein Durchbluten, nix. Auch Schienen ist gut erkennbar bei Schientententen und es sieht wirklich, also macht Spaß darauf zu schreiben, sieht gut aus. Und vor allen Dingen, es blutet halt nicht durch, also es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Das Papier hat kein Wasserzeichen oder so, wie das bei anderen Notizbüchern der Firma Hahnemühle der Fall ist, sondern hier sind einfach ganz normales Papier. Das ist quasi schon mal meine Meinung zu dem punktierten Papier. Dann würde ich sagen, schreiten wir mal fort zu dem, ich schaue kurz nach, zu dem linierten Papier. Ja, gleicherweise getestet, ich finde ja liniertes Papier grundsätzlich zum Notizbuchschreiben oder so recht praktisch. Das habe ich auch in meinem Endless Explorer drin. Und ja, dann kommen wir aber hier mal zu den Schreibproben. Also, manche erahnen schon Schlimmes. Und naja, wir schauen uns gleich die Rückseite an. Also an sich, das Schreiben ist okay. Manche Tinten haben aber ein Feathering und zwar gar nicht so wenig. Also auf dem Papier ist es gerade nur der Parker, der enormes Feathering hat. Ansonsten geht es, glaube ich. Auch kein Shading erkennen wir hier. Das ist wirklich relativ, also ist ins Papier reingezogen, möchte ich mal sagen. Und das sehen wir auch auf der Hinterseite. Also, Inkvent ging zum Beispiel noch, also Nutcracker ohne Probleme. Auch bei der Schrift überhaupt kein Durchbluten. Dann aber alle anderen Tinten, auch bei der Schrift schon. Also, so dass es auch quasi rückseitig weiterschreiben nicht mehr funktionieren würde. Zumindest für mich, weil mich das stört. Mag sein, dass es mit Kugelschreiber funktioniert, aber für mich ist das nicht Füller geeignet. Zumindest für die meisten Tinten nicht. Also mich stört das schon, wenn nur so kleine Punkte durchkommen. Das ist für mich schon zu viel. An sich, wie gesagt, das Format ist angenehm, kann man gut schreiben. Ich bewerte jetzt gerade rein das Papier, was da quasi drin ist. Und dann schauen wir uns auch noch das Blanco an. Quasi genau das Gleiche. Schönes Papier, passt sich alles gut an. Und schauen wir uns auch hier einmal das Ganze an. Und hier ist es nochmal deutlich schlimmer. Auch diesmal hier oben bei dem Inkvent Nutcracker von Diamine. Dann haben wir Feathering. Auch gerade bei Parker Quink Black haben wir schon Feathering. Also ich glaube, das erkennt man auch ganz gut. Sonst geht es. Aber auch hier sieht man schon, die Tinte hat ordentlich sich ins Papier gesaugt. Auch von der Vorderseite sieht man hier, dass die Schrift durchgeblutet hat. Also das fällt für mich nicht mehr unter Ghosting. Das ist schon durchbluten. Und ja, hier sieht man es dann auch sogar auf die nächste Seite noch übertragen. Jetzt natürlich nur bei immensen Auftragen, aber auch gerade hier KWZ Honey. Also ich drücke ja nicht wirklich doll auf mit der Feder, sondern ich schreibe relativ entspannt. Und trotzdem, also das ist für mich nicht füllerfreundlich. Das Papier ist nicht füllergeeignet. Zumindest das linierte und das Blankopapier. Auch hier unten. Also da hat sich die Tinte richtig durch das Papier durchgefressen. Und ja, was soll ich sagen, sieht man auch hier bei der Schrift, dass man die, ja, dass man die halt sehen kann. Ist auch keine Lineaturunterlage da, sondern ich glaube tatsächlich, die Blankoeinlage hat mehr den Sinn zum Skizzen machen oder sonstiges. Zum Schreiben würde mir hier eine Lineatureinlage fehlen. An sich, die Refills sind alle gut gearbeitet, ordentlich fest, ja, fest verbunden. Das hält alles gut. Und ja, was soll ich sagen, gefallen mir, gerade auch, dass ein Lesezeichen mit dabei ist, ist nicht selbstverständlich. Leider. Genau, dann schauen wir uns nochmal das gepunktete an. Also von den Papieren kann ich tatsächlich bewusst nur das gepunktete Papier empfehlen. Ja, also hier hat das gut funktioniert. Kein Durchbluten von der Vorderseite. Alles, äh, alles absolut okay. Man hat ein Shading, äh, man hat ein Schienen und vor allen Dingen auch bei Field Tinter hält das Papier das aus. Natürlich wälzt es sich dann ein bisschen ohne Frage. Das macht jedes Papier. Aber wichtig ist mir, dass bei der Schrift nichts durchkommt. Ghosting ist auch da bei der Schrift, aber angenehm. Also hier könnte ich auf der Rückseite noch weiterschreiben. Das würde mich jetzt nicht stören. Somit ist quasi, das System gefällt mir gut. Schönes Format, ähm, wirklich gut verarbeitet. Und wie gesagt, gerade wenn man das halt, ähm, zumacht, kann man zum Beispiel hier an der Seite. Natürlich relativ ungeschützt, aber man kann, ähm, zum Beispiel auch einen Füller noch mit reinmachen und hat den quasi dabei. Also das funktioniert schon und er gibt dann auch mehr ein Gesamtbild. Von daher, das gefällt mir, dass die Einlagen relativ günstig sind. Ähm, und, ja, man irgendwo ein Produkt bekommt, was gut geeignet ist zum Schreiben. Wie gesagt, zumindest die gepunktete Einlage. Ich habe beide Kritikpunkte auch weitergegeben. Und, ähm, ja, ich hoffe, dass es umgesetzt wird, dass man dann vielleicht füllerfreundliches Papier bekommt, äh, für alle. Und, ja, genau, das ist, das ist so das Produkt. Wie gesagt, meine Meinung, gefällt mir von dem Format. Gute Verarbeitung, äh, die Anzahl an Refills ist, ist vollkommen okay. Ähm, und auch der Preis ist absolut in Ordnung. Nur halt, das außerdem gepunkteten Papier sind die Einlagen meiner Meinung nach nicht füller geeignet. Und, ja, ähm, kurz zu der Verlosung. Also, verlost wird am 17.04. Und habt jetzt quasi ein paar Tage Zeit, um teilzunehmen. Und, ja, wie gesagt, ähm, das gepunktete Papier ist, ist wirklich gut. Und, ja, das soll es dann auch von dem Video gewesen sein. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.